Hallo ihr Lieben, ich bin Mozima Wuse und das ist mein Mann Evgeny Woznyk. Wir sind Deutsche Meister in der lateinamerikanischen Tänze. Wir werden jetzt heute mit euch tanzen lernen. Rück, Platz, Chassé, Schritt, Chassé, Schritt. Einmal einen kleinen Schritt auf den rechten Bein, Gewicht übertragen, linke Bein schließt. Also, was steht da? Und Autofahrer auch. Das Wichtigste ist, tanzen macht Spaß. Also, genießen.